Der Sonderpreis der Sportmetropole Berlin Mit dem Sonderpreis der Sportmetropole Berlin werden herausragende Leistungen und Engagement für den Spitzensport in Berlin ausgezeichnet. In den letzten Jahren wurden unter anderem die Finals oder Alba Berlins tägliche Sportstunde geehrt. In diesem Jahr erhält Prof. Dr. Bernd Wohlfahrt mit seinem Team den Sonderpreis. Präsentiert wird der Preis von Defendo. Es ist immer so, der Chef ist nur so gut wie sein Team und ich glaube, dass wir in den letzten 18 Monaten noch mehr gemerkt haben, wie wichtig ein gutes Team ist. Alle haben natürlich auch maximale Leistung gebracht, waren sehr stark belastet, auch durch die Rahmenbedingungen, die ja immer wieder neue Herausforderungen gebracht haben und deshalb bin ich insbesondere stolz auch, dass der Preis ans ganze Team geht und auch stolz auf mein Team. Tja, wir haben ja eine Pandemie seit fast zwei Jahren und Prof. Wohlfahrt hat sich so verdient gemacht für die Berliner Sportler, Breiten- als auch Spitzensport und ich glaube, damit hat er also diesen Preis auch verdient mit seinem gesamten Team, sich dort so zu engagieren, im Grunde genommen Tag und Nacht zu arbeiten, für den Breitensport zu impfen, selber zu testen und natürlich die Covid-19-befreienden Sportler wieder fit zu machen. Also ich habe regelmäßig mit Bernd Wohlfahrt dann nach 24 Uhr telefoniert, um die nächsten Schritte abzustimmen. Er ist einfach immer da, wenn man ihn braucht und insofern von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und ich freue mich besonders.